Ich liebe es zu filmen. Es gibt nichts besseres für mich als zu filmen. Sie haben mir letztens eine neue Kamera gekauft. Das ist ein super neuer Fotoapparat. Sie hat einen ziemlich großen Sensor und ist sehr lichtstark und man kann Slow-Motion machen. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass man in dem, was man gerne macht, auch besser wird. Und man kann eben nur besser werden, wenn man es von Leuten gezeigt bekommt, die Erfahrung haben. Es hat sich auch nicht in drei Jahren gelernt. Man lernt da immer weiter und das ist das Schöne an dem Job. Es gibt immer was Neues und es gibt immer neue Möglichkeiten, einen Film anders umzusetzen. Es ist halt ein sehr vielfältiger Job, sage ich jetzt mal. Am einen Tag mache ich Ton, am anderen Tag mache ich Kamera, am anderen Tag fliege ich mit der Drohne. Am einen Tag bist du auf dem Berg, am anderen Tag wieder auf dem Stadion. Es ist egal, ob Regen, ob Sonne, ob Schnee, ob Sturm, scheißegal. Es ist einfach, du musst da sein. Das Coole an dem Job ist ja eigentlich, man muss sich noch nicht wirklich festlegen. Ich kann jetzt mal schauen, macht mir Schneiden Spaß, macht mir Kameraspaß, macht mir Tonspaß. Wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann mal meine eigenen Filme. Ich für meinen Teil muss sagen, dass die Ausbildung wirklich super ist. Ich lerne hier so viele Sachen, die mir in der Zukunft auch wirklich weiterhelfen. Ich persönlich für mich würde diesen Job sofort wieder machen. Der Mediengestalter Bild und Ton ist einfach eine geile Ausbildung. Definitiv die richtige Entscheidung für mich, egal in welche Richtung es mich später irgendwann mal treibt. Hier vor der Kamera zu sitzen, ist halt dann doch noch mal was anderes, als hinter der Kamera zu stehen. Hier vor der Kamera zu sitzen, ist halt dann doch noch mal was anderes, als hinter der Kamera zu stehen. Das war mal was. Ich bin hier drüber, die Liebe zum Teil. Ich bin hier in der Kamera zu sitzen. Also der Kamera zu sein. Steigern bei der Kamera zu sein. Wenn das Auto in eine Kamera zu sitzen. Was dann das Auto ist.